Herzlich Willkommen zu Falling Earth. Ich bin Gunnar und ihr seid auf dem Kanal von AP Rider. Mit mir spielt auch Florian. Hey ho Leute, was geht ab? Und es ist nicht Investation, sondern ein neues Game, nämlich Falling Earth. Genau, ist zwar auch wieder so ein Apokalypse Simulator auf gut Deutsch, aber mal was anderes. Ja und ich gestehe, wir beide gestehen, wir haben echt keinen Plan, ich habe das echt noch nie gesehen, also noch nie gespielt. Ich auch nicht, also komplett neu. Das wird lustig. Auf jeden Fall. So, ich würde mal sagen, äh Charaktererstellung. Ja, wir sind dabei. Naja, es gibt ein paar Gesichter, zwar nicht so viele, aber immerhin ein paar. Ich hoffe, ich nehme das, ja. Ja, es sieht gut aus. Ähm, Head, Face, was ist das denn? Ja, so, Skin Color, ich bin ein bisschen... Oh Gott. Ja, so, so sieht es gesund aus. Halbwegs gesund. Ich bin drei Jahre alt und bin völlig verschrumpelt. Nein, ich bin null. Ganz klar. Natürlich bin ich ein Alien, hab nämlich ganz weiße Augen, ganz klar. Mach mir grüne Augen. Hey, ich hab komplett weiß. Vertical hair. So, ein bisschen Bart muss sein. So, face hair. Ja, man hat sich ein paar Tage hier nicht, äh, natürlich rasiert. Bei einer Apokalypse. Ja, so, so sieht das halbwegs. Ich häschlich. So, Piercing, nein. Tattoo, nein. Tattoo hab ich mir jetzt am Auge gemacht. Tattoo. Das hier. Nö, kein Tattoo. Wie groß bin ich denn? Bin ich ein kleiner Zwerg? Oder bin ich ein Riese? Ach, ich mach immer durchschnittlich. Mach mal keine Haare. So. Left arm. Äh, Left arm hab ich... Einen schönen Totenschädel. Aufm rechten Arm. Hab ich ne Blume oder was es auch sein soll. Das T-Shirt, äh... Schön schwarz. Schönes Tanktop. Schwarzes. Schuhe. Schön abgelatschte Turnschuhe, damit es auch ja passt. Wenn man Tattoos auch sieht. Ja. Mein Name ist ganz klar LP Rider. Dann klicke ich mal auf Confirm. Und dann klicke ich mal auf Play. Wo kann man denn hier Hose? Geht das auch irgendwo? Ne, Hose nicht. Ist echt scheiße. Es gibt nur eine Hose in dem Spiel. Mein Name ist für dich Clown. Ah, okay. Geh. Geh. Also... Spring tut er wie so ein, äh... Auto, der, äh... wirklich, äh... Minderbemittelt ist. Play. Minder... Okay. Stör... Juuu. Der sieht so ein bisschen aus auf dem Bild. Der sieht so ein bisschen aus wie, äh... Seven Days to Alpha, ne? Mit den Häusern. Das ist auch, äh... Ich würd auch ganz grob behaupten, das ist so ein, äh... Seven to Day, äh... Seven to Day... Gar nicht Seven to Day, äh... So ein, äh... Klon wieder. Von den ganzen, äh... Klons wie... Worsi... Okay, Worsi kam nach Daisy. Ah, ja. Das, äh... Das allererste ist hier halt, äh... So eine kleine Einführung in das Spiel. Wie geht der Terminal? Es gibt... Nein, brauchen wir jetzt nicht. Ich lauf jetzt einfach ganz schnell durch, denn, äh... Wir haben's ja eilig. So eigentlich wurde langartig. Ich geh einfach mal, nehmen wir die Gänge lang. Nein, du musst einmal nach unten. Du musst den Typen da unten glaub ich töten. Hab ich zumindest das gemacht. Der Typ, der da sitzt oder was? Ja genau. Der Doktor. Der Doktor. Oh ja, einfach auf accept. Citizens, we are on lockdown. Any unauthorized personnel outside of the living quarters will be shot on sight. Thank you. Okay, okay... That's Ero Sai, Master's second in command. Ja, ich hab mit der, die gleiche gehört. Jacke hab ich dir geklaut, aha. Ja, ich hab auch, ich hab die Jacke jetzt an, stattmal'n Tanktop. Es gibt nur ne First Person also nix mit Ego Geil Man findet gleich am Anfang ne Axt Ich kann die Tür nicht öffnen Wieso? Kann die nicht raus Wo hängst du denn? An der Tür, wenn du halt an den Typen getötet hast und weiter gehst Ja du musst auch die beiden Computer aktivieren glaub ich Hab ich jetzt so gemacht Hab ich da wohl noch nicht, ne glaub nicht Alter wie er springt ey Jaja er springt wie so ein äh weiß nicht was Lustiges kleines Gamechen Ja, lustiges kleines Game was äh sehr lustig werden kann Hör mal noch Und hier gibt's auch endlich äh Autos wenn ich richtig mitbekommen hab Und 1000 Quadratkilometer hat man hier zu spielen Oh auf F kannst du Taschenlampe machen Ach Scheiß drauf einfach durchgehen hier Oder in zwei Gegner Oh ob ich jetzt rausgehe Ob ich jetzt rauskomme oder nicht immer vom Kreuz Was soll ich jetzt hier machen Oh Gott der hat ein Beil Nun treff ihn doch mal Geht doch Ah jetzt kann ich raus Ist da mal ne lustige Stimme alter diese Computer Stimme Aber Fallout das Spiel kenn ich aber nicht Fallout Also Fallout Oder Fallout oder Ja es soll dasselbe sein nur halt online Hab ich zumindest so viel äh so mitbekommen Das ist mal äh ganz geil jetzt Ich, äh, und kriegst gleich ein Gewehr am Anfang Aber wie ich die Waffe wechsle, das weiß ich nicht Doch, es gibt auch eine Ego-Perspektive Aber die ist, äh, scheiße gemacht So, ich hab mit der Typ, mit der Frau gelabert Schavi, äh Ähm Wieso tut der nicht weh, Alter, wieso tut der nicht um mir weh Jetzt kill den Typen doch mal, Alter Alter, es ist ein Sniper Now you're headed for the medical bay It's where they operate on clones Be careful Geil Messer Was sind die Toten jetzt Jawohl Zwei Headshots, jawohl Munition ist da schön Ich hab eine Garn Hast du auch das Gewehr? Ja, wie wirksehe ich die Waffe? Mit Steuerung und zwei Was ist das so ein Singleplayer-Game oder zocken wir auch mal zusammen? Ne, wir zocken dann das zusammen Noch, das ist ja bis jetzt das Tutorial Das war ein Headshot Da ist die andere Schön, zwei Headshots gleich verteilt Was ist doch, das ist doch wenigstens mein was, dass man gleich von Anfang an eine Waffe hat, damit man sich verteidigen kann Dein halbes Sniper hat er die Waffe hier Ja Ich werde es nicht bemerken, du bemerken Ey, nicht weglaufen Es ist jetzt echt langweilig, dass ich weglaufen So, oh, jetzt muss ich mit den Typen kurz hier vorne reden Ich kann dir alle nicht durchsuchen Warte Ich kann dir alle nicht durchsuchen Warte Warte Alter, wir ticken ja völlig durch Was haben wir denn hier schönes, Leute? Was? Was? Ich werde es nicht durchsuchen Aika, ich bin unterwegs hier Ich bin unterwegs hier Scheiße, ich wollte nur noch. Achso. Aber schön, dass er immer visiert rumläuft. Ähm, einfach tot. Wer bist du? Ist mir scheißegal. Gesterben. Kann die Midi-Kids hier nicht auf dem Bildschrank liegen? Kannst du auch nicht. Das nervt jetzt mal hier übelst. Alles mal hier wegmachen. Der Shit nervt so oder so. Den mach ich mal klein. Zack, dann gehts weiter. Aber siehst du, wir haben jetzt schonmal 253 Schuss mit der Waffe. Ich glaub 246. Okay. Ja. Nur mal mit den Blüten labern. Alec, ich bin Jonas. Und seit Jahren. Alec Master. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht mit der Mission. Kann ich mir die Midi-Kids hinten nehmen? Ich glaub nicht. Aber bist du auch bei der Mission? Who are you? Can you help me find the Midi-Kids? Aber vielleicht müssen wir durchlaufen. Aber vielleicht müssen wir durchlaufen. Da hinten kannst du ja noch weiter gehen. Habe ich jetzt angenommen. Habe ich jetzt angenommen. Habe ich jetzt tausendmal schon angenommen die Mission. So, ich lauf jetzt mal mit der Axt rum. Okay, okay, okay. Okay. Hier hinten liegt ein Toter. Wo gehen wir nach? Aber wir gehen erstmal links lang. Links lang kannst du nicht. Da bin ich grad lang gegangen. You must help in a port. Leck meine Muschi. Hier kann man auch nicht. Links runter. Rechts runter geht überhaupt nicht. Click to Sylvie. Level 1 total. Oh. Also ich soll dem Typen jetzt hier immer dabei helfen. Ja genau. Klick, äh. Dann klick, send, reward, hotkeeper, äh, to press 2. Was soll ich machen? Ja. Ich habe keine Ahnung was ich jetzt machen soll, Alter. Ich weiß nur was man... Ich weiß... Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur was man auf 2 sich heilt. Ja, auf F2 oder nochmal 2. Auf 2 nur. Auf 2 nur. Das ist... Das ist... Das einzig was mich, äh, auch ein bisschen stört. Da kann ich nicht lang... Was ist der Sinn? Ich weiß es nicht. Du hast den Typen hier... Ich hab keinmal etwas dafür. Ich weiß es nicht, was ich tun habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die ist das ja auch nicht. Das ist N. Irgendwas muss da hier geschehen. Keine Ahne, ich muss zu den Typen hier. Arma ist noch da. Wir müssen mitnehmen, also vielleicht gar nichts. Irgendwas wieder spannend. Was? So gut. Ich habe nichts für euch zu tun. Ich muss gar nichts machen. Ich glaube, ich hätte mir das echt mal durchlesen sollen. Das ist N und dann? Was macht der denn jetzt? Oh nö, ich will mich nicht entstacken. Irgendwas sollen wir machen. Ich habe mich gerade getötet. Ah, jetzt bin ich Ego gewesen. Aber jetzt bin ich nicht mehr. Ja, irgendwas. Aber was ist die Frage? Was? Das ist jetzt mal mega scheiße. Click on Sible to the park here. Heal another Sibley. Das Click. Ah, ich soll den... Ich soll... Ah, wir sollen glaube ich den da unten heilen. Ja, wie denn? Ich möchte den da unten, wegen der da unten, wegen der da unten. Daniel? Ich soll den lauter, Ich soll den... Der da unten. war's.